Felix Hagen steht nach fünf Jahren endlich wieder in den Playoffs und das wollen wir feiern und das wird dann dementsprechend auch noch mit den Partnern und Sponsoren gefeiert und aus diesem Grunde haben wir dieses Jahr die Playoff Tombola für unsere Partner und Sponsoren ins Leben gerufen. Wir haben zwei Pötte, einmal mit den 15 Rechten und einmal mit den Losen, die abgegeben wurden. Und wir haben zwei Knicks fehlen dabei, einmal Dominik Spons und einmal Martin Schmidt und die werten dann gleich. Einmal den Bodenaufkleber, fünf Bodenaufkleber an der Seitenlinie beziehungsweise an der Mittellinie, die zwei Bodenaufkleber der Freiburg-Quizit, zweimal zwei Bodenaufkleber in der Zone, dann logischerweise noch Werbung im Livestream sowie Werbung auf den Printed Home Tickets, das Branding der Spielerstühle und die Logo-Einbindung auf dem LED-Screen auf der Korbanlage ziehen. Wie gesagt, wir haben einen Pott mit den entsprechenden Rechten, einen Pott mit den entsprechenden Losen, die abgegeben wurden. Da sind sechs, das heißt, wir werden jetzt dann sechs glückliche Gewinner ziehen. Martin, fängt einmal an. So. Wie ist das vor? Du liest das vor. So. Das erste Recht ist der Bodenaufkleber auf einem der beiden Freiburg-Reisen. Der glückliche Gewinner ist Remi-Stahl. Dann gibt es nicht nur die heiße Phase, sondern dann dementsprechend auch noch den Bodenaufkleber on top dazu. Der heiße Freiburg-Kreis. Der heiße Freiburg-Kreis. Und das nächste Recht ist auf jeden Fall sehr gut gefaltet. Wir haben einen Bodenaufkleber auf der Seitline, also auf der Seitenlinie. KW-Anlagentechnik. Wir kriegen einen Bodenaufkleber an der Seitline. Noch vier Partner bekommen ein weiteres Recht. Wir haben den Präsidenten der Zuschauerzahl über die Halle, aber auch über Social Media. Hausemann und Vareger. Das Busunternehmen, was uns dementsprechend schon die ganze Saison begleitet. Oh, wir haben den zweiten Freiburg-Kreis. Das ist schon mal gut. Das wird optisch schön. Wir hatten einmal den heißen Freiburg-Kreis ohne Gegenstand und der zweite geht an Anke Mittal, die auch in dieser Saison eine Spielerpartnerschaft hat. Das ist, glaube ich, einer der emotionalsten Sponsoren mit Michael Kerstor, die diese vereignete Moment hat. Definitiv. Zwei ziehen wir noch. Wir haben den Stream Partner. Also Werbeeinbindung im Stream. Dieses Recht erhält Fokus Development. Fokus Development. Sehr gut. Auch langjähriger Partner und Unterstützer von Felix Hagen. Und dann ziehen wir noch ein letztes Recht. Wir haben noch einen Bodenaufkleber an der Seitlinie. Und dieser wird vergeben an Herbert Heltz. Herbert Heltz. Damit haben wir die sechs Leute bzw. Partner, die ihr los in die Urne geschwissen haben, mit Rechten versorgt. Wir freuen uns auf den Playoff-Auftakt gegen Fechtler. Vor allem das zweite Spiel der Viertelfinalserie am 7.5. hier in der Kolmar.